Ja, wie die Überschrift schon sagt, kommen wir kurz zu einem 3.000 Abonnenten-Spezial. Vielen Dank dafür. In erster Linie danke ich da natürlich Facebook durch das ganze Teilen, durch die Videogeschichten, durch meine Reichweite auf Facebook, dass immer bereits über 40.000 gefällt mir. War es natürlich relativ einfach, um natürlich auch in YouTube relativ viele Follower und Abonnenten zu bekommen. Deswegen Dankeschön an euch, also danke an euch Follower. Für das, dass ihr so zahlreich abonniert, meine Videos schaut. Ja, was steht denn als nächstes an? Ich habe euch hier eine Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar haben wir hier etwas Schönes. Kann man das erkennen, Kameramann? Wagner Tuning. Ja, wir haben hier eine schöne, noch original verfackte Darnpipe. In dem Fall mit der legendären Nullzellen-Cut-Technologie. Ja, vielen Dank an Patrick Wittmann für die schnelle Lieferung. Dieses Teil kommt in unseren Kunden 435i. Dann ist der auch endlich fertig, nachdem dort relativ viel zu machen war. Ja, nächstes Step für euch ist Focus S. Da fehlt noch Drehmomentstütze, Schaltwecksverkürzung, Abgasanlage. Abgasanlage-Lieferzeit ist bekannt, kommt nächste Woche Mittwoch. Drehmomentstütze und Schaltwecksverkürzung kommt am Freitag. Das heißt Freitagabend, 21 Uhr, auf jeden Fall ganz wichtig, wieder einschalten. Nächstes Thema ist Toyota Aristo und Audi S3. Toyota Aristo ist schon bekannt, gibt es Probleme mit dem Turbolader. Die Wayscates schließen nicht mehr sauber, er baut nicht ordnungsgemäß den Ladedruck auf. Dort sind die Lader schon ausgebaut und auch schon in Arbeit. Auch hier werden natürlich wieder Videos folgen. S3 ist ein Komplettumbau, da werden noch zwei, drei andere Firmen beteiligt sein. Dazu gibt es aber auch wieder ein extra Part. Und dann steht noch ins Haus GLC 63 S AMG. Da freue ich mich am meisten drauf. Dort geht es um den Software-Datenstand bei dem Fahrzeug. Reicht völlig aus, der 4 Liter Biturbo mit 585 Serien PS. Da kann man deutlich was rausholen. Jetzt würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum. Ich danke euch nochmal vielmals und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Danke für 3000 Abonnenten. Ich hoffe, es werden noch mehr. Ciao.